Ich werde sozusagen einen Bergmarathon auf dem Laufband simulieren, das heißt die Marathonsistanz bei 10 Prozent Steigung, wo ich dann, wenn ich auch nur auf der Stelle laufe, nachher so 4.219,5 Höhenmeter genau hinter mir gebracht habe. Ja, ich habe jetzt die letzten Wochen mich nochmal ganz gezielt darauf vorbereitet, indem ich auch einige Laufband-Sessions trainiert habe, wo ich einfach mal das simuliere, 10 Prozent Steigung, zwar jetzt nicht über so eine lange Strecke im Training, aber bis zu 21 Kilometer und das hat mir jetzt nochmal den letzten Schliff gegeben und sonst, klar, viele Umfänge trainiert dafür und auch viele, viele Höhenmeter gegangen ist. Also heute muss man sicherlich sich klar machen, man rennt über 4.000 Höhenmeter, wo man noch auf der Stelle läuft und da werde ich schon versuchen, an alte Bergläufe aus der Vergangenheit zu denken. Behne beginnt sich zu bewegen, jetzt sieht man das Laufband, erhebt sich noch, noch 70 Prozent. Wir haben jetzt Corona-bedingt schon monatelang Wettkampfpause, das ist natürlich nicht, was man sich so wünscht und da hatte ich mir die Aktion ausgedacht, weil jetzt ist gerade, wäre eigentlich gerade die Zeit der Bergmarathons und ja, das Ganze ist jetzt natürlich nicht nur sportlich gedacht, wir wollen auch noch Spenden sammeln für das Deutsche Kinderhilfswerk. Ja, auf jeden Fall total riesen Vorfreude, weil jetzt nach monatelangen Wettkampfpause spüre ich jetzt mal wieder so ein bisschen Adrenalin, das ist was man braucht, das kommt mal wieder so ein bisschen drauf an und ist mal wieder ein bisschen ernstere Sache als nur Training, Training, Training und ja, tolles Gefühl. Ja, ich werde einen Mix machen, ich werde Wasser nehmen, ich werde dann von Ultrasports noch ein paar ISO-Gesränke dazu mischen und dass ich immer gut versorgt bin, mich gut kühlen kann auch, ich schmeiß ein paar Eiswürfel rein, hab auch ein paar nasse Lappen dabei. Also ich denke, man muss da achten, auf dem Laufband schützt man doch ein bisschen mehr und dass man da nicht dehydriert, muss man schon gut versorgt sein. Also ein bisschen Schiss habe ich, wenn ich nachher wirklich schwere Beine bekomme, dass ich vielleicht mal einen Fehltritt mache auf dem Laufband, das darf ja auf dem Laufband nicht passieren, also man muss sich echt gut konzentrieren, das ist eigentlich so das Einzige, wo ich ein bisschen Muffen habe. Ja, das krasse ist, dass man gar nicht das, was man so kennt aus dem Wettkampf, da wo man so die Motivation auszieht, aus der Stimmung, die Leute an der Strecke. Hier waren natürlich auch Leute, das hat geholfen, aber man rennt immer auf der Stelle eigentlich, sieht nicht, wie man vorankommt, muss man viel vielleicht an andere Wettkämpfe denken, die man in der Vergangenheit gestritten hat. Das hat auch geholfen, aber dennoch, also es ist auf dem Laufband schon eine ganz spezielle Geschichte. Das ist ein guter Moment jetzt, einfach mal die Sache hinter sich gebracht zu haben. Ja, ich bin auch zufrieden mit der Gesamtleistung, die Rennleintalbung, da muss ich sagen, hätte ich lieber ein bisschen eine andere Taktik gewählt, ein bisschen länger so um die F-Kam-Haarung und dann hätte ich nicht so viele Körner gelassen zu spielen. Jetzt hoffe ich, dass da sagt einer, okay, der hat richtig hart gekämpft, der hat auch sicherlich eine gute Leistung gemacht, aber den schlage ich. Ich habe jetzt eine Messlatte gesetzt von 3 Stunden 50, 55 und ja, das kann man ja mal angehen. Also klar, auch ich ziehe, wenn es jetzt wieder möglich ist, Wettkämpfe draußen vor, richtige Realwettkämpfe, aber vielleicht ergibt sich für jemanden ja mal die Möglichkeit, das anzugehen. Und da hätte ich auch kein Problem mit, wenn er mich schlägt, aber der Rekord ist gesetzt und ja, hoffentlich nimmt sich einer mal das Herz in beide Hände und versucht sich durchzuquälen. Machst du mir auch noch eins, bitte? Klar. Ja, super. Wir waren auf jeden Fall am Schluss ganz schön nervös. Das war mir, ja. Das war mir mega nervös. Mitgefiebert? Ja. Natürlich. Abgemachteln. Ja, abgemachteln. Ja, abgemachteln. Ingegenze. ingegenze,